Hallo, mein Name ist Octavia, ich bin 16 Jahre alt und Fechten ist mein Leben. Mein größter Traum ist es, mich für diese Saison noch für die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft zu qualifizieren. Doch um meine Träume verwirklichen zu können, brauche ich nicht nur mein tägliches Fechttraining, sondern nebenbei auch noch Krafttraining und Lektionen und einen Trainer, der hinter mir steht und mich unterstützt. Genauso wichtig ist mentale Unterstützung von meinen Freunden und von meiner Familie. Und natürlich auch von meinem Team. Auch wenn bei mir einmal ein Turnier nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe und ich komplett enttäuscht bin, lasse ich den Kopf nicht hängen, sondern schaue nach vorne und glaube fest an meine Träume und an meine Ziele. Denn if you can dream it, you can do it. Ich würde mich wirklich extrem freuen, wenn einige da draußen mich unterstützen und mir dabei helfen, meine Träume und meine Ziele zu verwirklichen. If you can dream it, you can do it.